Hallo ihr Lieben, ich bin Mehdi und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Yoga-Einheit geht es vor allem um die Hüften und den Rücken und wir wollen mit ein paar wundervollen Übungen die Hüftgelenke öffnen, sowie die gesamte Wirbelsäule mobilisieren. Wir fließen dabei sowohl durch Vinyasa-Yoga-Elemente, also verbinden die Atmung mit der Bewegung, verbringen aber auch in wenig Zeit in ausgewählten, tiefen Dehnungen. Als Hilfsmittel benötigt ihr heute eventuell einen Yoga-Klotz, so einen hier zum Beispiel, ich verlinke euch mein Exemplar in der Infobox. Alternativ tut es aber auch eine dicke Decke oder ein festes Kissen, irgendetwas, was den Boden so ein bisschen näher zu euch ranholt. Ja und ansonsten braucht ihr nichts weiter außer bequemer Kleidung und einer Unterlage und dann würde ich sagen, auf die Mathe und los geht's. Ganz viel Spaß. Wir beginnen in der Haltung des Kindes mit den Knien mattenbreit. Leg die Stirn am Boden ab, streck die Arme lang nach vorne raus und gib dir einen Moment, um erstmal anzukommen. Erlaube Deinem Körper ganz schwer zu werden und nimm bereits hier die sanfte Öffnung Deiner Leisten wahr. Lass Dein Atem tiefer werden und spüre, wie auch die Rückseite Deines Körpers an Länge gewinnt. Atme tief ein und vollständig aus. Nochmal so tief einatmen, füll die Lungen komplett und ausatmen, ganz leer werden. Für eine sanfte Drehung fädel nun Deinen linken Arm zur rechten Seite durch und komm auf die linke Schläfe. Spür die Dehnung in Deiner linken Schulter und die angenehme Drehung in Deinem oberen Rücken. Bleibe bei Deinem tiefen Atem ein und aus. Dann wechsel die Seiten, bring den linken Arm wieder nach vorn und fädel den rechten Arm zur linken Seite durch, komm auf die rechte Schläfe. Spür die sanfte Dehnung in Deiner rechten Schulter. Lass Deine Gesichtszüge und Deine Stirn ganz weich werden. Auch hier nochmal einen ganz tiefen Atemzug ein und aus. Sehr gut. Dann komm zurück zur Mitte, streck beide Arme nach vorne raus und roll nach oben auf in den Vierfüßlerstand. Stell die Knie hüftbreit, die Hände direkt unter die Schultergelenke. Drei Runden Katze-Kuh. Atme ein, komm ins geführte Hohlkreuz, öffne Dein Herz, atme aus, komm in den Katzenbuckel, mach dich ganz rund. Einatmen, wieder öffnen, roll die Schultern zurück. Ausatmen, den Rücken maximal runden, saug den Nabel richtig ein. Letztes Mal. Einatmen, Hohlkreuz, öffnen und ausatmen, Katzenbuckel, schieb den Boden unter dir richtig weg. Nächste Einatmung, neutraler Vierfüßler, gerader Rücken. Von hier aus stülp die Füße um und schieb dich direkt in den herabschauenden Hund. Richte dich hier gut ein, spreiz die Finger weit auf, schieb deine Sitzbeinhöcker Richtung Himmel, finde Länge im Rücken und lass die Beine dabei gerne leicht gebeugt. Wenn du magst, dann bring mehr Bewegung rein, indem du abwechselnd deine Fersen Richtung Boden schiebst oder deinen gesamten Körper ganz frei in die Richtung bewegst, in die es sich jetzt gut anfühlt. Bewege dabei auch gerne mal deinen Kopf und Nacken, schau nach links, schau nach rechts, bewege die Schultern, die Arme, sei hier ganz frei, erlaub dir selbst, Haltungen auch immer wieder ganz neu zu erforschen. Wunderbar. Dann pendel dich allmählich wieder ein und heb mit deiner nächsten Einatmung dein rechtes Bein lang nach hinten raus, ausatmen, mach rechts einen riesengroßen Schritt nach vorn zwischen die Hände. Erde dein linkes Knie und deinen linken Fußrücken, linke Hand bleibt unter der linken Schulter aufgestellt. Mit der nächsten Einatmung kreist den rechten Arm über vorne nach oben, öffn dich zur rechten Seite, ausatmen, lass den Arm über hinten wieder nach unten sinken. Noch zweimal so. Mit der Einatmung den Arm über vorne nach oben kreisen, Ausatmung absenken. Letztes Mal, einatmen, über vorne heben und ausatmen, sinken. Einatmen, Arm heben, diesmal hier bleiben. Achtung, stülp den linken Fuß um und heb dein linkes Knie jetzt weg vom Boden. Dreh dich noch ein Stückchen mehr zur rechten Seite auf und dann zieh dich mit deiner nächsten Einatmung der rechte Arm nach oben, richte dich auf, Ausatmung, setz dich tief, Arme parallel zum Boden, Blick zur rechten Seite. Sehr gut. Achtung, nächste Einatmung, beide Arme heben, Blick nach vorn, Krieger 1 Variante, Ausatmen, Krieger 2, linken Fuß seitlich quer aufgestellt, rechtes Bein bleibt tief gebeugt. Dreh die rechte Handfläche Richtung Decke, zieh dich mit der Einatmung lang nach vorn und mit der Ausatmung lehne dich zurück für den Reverse Warrior. Nächste Einatmung, komm zurück, Krieger 2, Ausatmung, kubbel dich windmühlenartig nach unten und tritt in den herabschauenden Hund. Wir fließen durchs Vinyasa, mit der Einatmung, roll nach vorn, schiefe Ebene, Ausatmung, leg über die Knie am Boden ab, Einatmen, roll die Schultern zurück, kleine Kobra und Ausatmen, direkt zurück, herabschauender Hund. Andere Seite, Einatmen, linkes Bein heben, Hüfte bleibt geschlossen, Ausatmen, Linksschritt nach vorn zwischen die Hände, rechtes Knie, rechten Fuß, Rücken erden, rechte Hand bleibt unter der rechten Schulter aufgestellt. Dann atme ein, kreis den linken Arm über vorne nach oben, öffne dich nach links, atme aus, lass den Arm zurück zum Boden sinken. Noch zweimal, genau so. Einatmen, den Arm über vorne heben, Ausatmen, absenken. Letztes Mal, Einatmen hoch und Ausatmen tief. Nächste Einatmung, den Arm noch einmal heben, hier bleiben und dann den rechten Fuß umstülpen und das rechte Knie heben. Dreh dich noch ein Stückchen mehr zur linken Seite auf, starke Beine, starkes Zentrum. Achtung, mit der nächsten Einatmung zieh dich der linke Arm nach oben, richte dich auf, ausatmen, setz dich tief, Arme wieder ganz parallel zum Boden. Nächste Einatmung, beide Arme heben, Blick nach vorn, Krieger 1, ausatmen, Krieger 2, rechten Fuß seitlich quer aufgestellt, Arme lang nach vorn und hinten ausgestreckt. Lass die linke Handfläche nach oben zeigen, zieh dich mit der nächsten Einatmung lang, lang, lang nach vorn und mit der Ausatmung lehn dich zurück, Reverse Warrior. Nächste Einatmung, komm zurück, Krieger 2 und ausatmen, kurbel dich nach unten, komm in den herabschauenden Hund. Vinyasa, einatmen, roll nach vorn wie eine Welle, ausatmen, senk ab, halb oder ganz. Einatmen, deine Rückbeuge, aufschauender Hund oder Kobra. Ausatmen, zurückschieben, herabschauender Hund, Ardumukha Svanasana. Atme hier tief durch die Nase ein und vollständig durch den geöffneten Mund aus. Noch einmal so tief einatmen. Und ausatmen. Sehr gut. Weiter geht's. Nächste Einatmung, rechtes Bein nochmal heben, diesmal Hüfte öffnen und ausatmen, rechts Schritt nach vorn zwischen die Hände. Linkes Knie, linken Fußrücken erden, den rechten Fuß zur rechten Mattenseite wandern und die Hände mittig positionieren. Dann lass dein Brustbein hier nach vorne und oben strahlen und hebe leicht den Blick. Bleibe entweder hier in diesem ganz wundervollen Hüftöffner oder wenn du mehr willst, dann bring deine Unterarme zum Boden oder auf einen Klotz für den vollständigen Salamander. Achte darauf, dass du hier nicht einsackst, dich nirgendwo reinfallen lässt, sondern gestalte diese Asana wirklich aktiv, indem du dein Brustbein tendenziell mehr nach vorne schiebst und dir vorstellst, du könntest den Boden mit deinen Händen mehr zu der Rand ziehen. Dein rechtes Knie ist nah an deinem Körper und ganz gerade über deinem rechten Sprunggelenk ausgerichtet. Wenn du magst, schließ die Augen und schick dein Atem in deine rechte Hüfte. Spüre, nimm wahr, was diese Position gerade mit dir macht. Alles darf da sein. Alle Gefühle sind willkommen. Atme nochmal tief ein und aus und dann löst langsam wieder auf, wandere die Hände zurück, stürb den linken Fuß um und schieb dich in den dreibeinigen Hund. Öffne die rechte Hüfte, beug dein rechtes Bein, lass die rechte Ferse Richtung Gesäß fallen. Nächste Einatmung, streck dein rechtes Bein wieder, schließ die Hüfte und ausatmen, herabschauender Hund. Spür den Unterschied zwischen dem rechten und linken Bein, den Unterschied zwischen der rechten und linken Hüfte. weiter geht's. Nächste Einatmung, heb dein linken Hüfte öffnen, Hüfte öffnen, ausatmen, links Schritt nach vorn zwischen die Hände. Rechtes Knie, rechten Fuß, Rücken erden, linken Fuß zur linken Mattenkante wandern und die Hände wieder mittig positionieren. Schieb dein Brustbein nach vorn, heb den Blick und dann finde auch hier wieder in deine Variante. Entweder bleibe, wenn die Dehnung an dieser Stelle für dich heute ausreichend ist oder wenn du mehr brauchst, dann bring deine Unterarme auf den Boden oder auf einen Klotz für den Salamander auch auf dieser Seite. Es spielt hier überhaupt gar keine Rolle, in welcher Variation du dich gerade befindest und es macht ganz gewiss auch keinen besseren oder schlechteren Menschen oder Yogi aus dir. Das Wichtigste ist, dass du eine Position findest, die deinem Körper und deiner Seele in diesem Moment gut tut. Alles andere ist nebensächlich. Du praktizierst Yoga für dich. Schenk dir noch einen tiefen Atemzug ein und aus und dann löse das Ganze wieder auf. Wandere die Hände zurück, stirb den rechten Fuß um und schieb dich in den dreibeinigen Hund. Öffne die linke Hüfte, beug dein linkes Bein, lass die linke Ferse Richtung Gesäß fallen. Nächste Einatmung, linkes Bein wieder strecken, Hüfte schließen. Ausatmen, herabschauender Hund. Letztes Vinyasa. Einatmen, roll nach vorn, schiefe Ebene. Ausatmen, dein Weg nach unten, halb oder ganz. Ein, aufschauender Hund oder Kobra, langer Nacken. Aus, herabschauender Hund. Sehr gut. Einatmen, roll nochmal nach vorn, schiefe Ebene und mit der Ausatmung komm so langsam und achtsam, wie du kannst, in Bauchlage für 5, 4, 3, 2, 1. Prima. Dann stell die Unterarme vor dir auf, zieh deine rechtes Knie seitlich zu dir ran, fädel die linke Hand unter deinem rechten Arm hindurch, bring sie auf dein rechtes Knie und roll dich von hier aus auf in deine liegende Drehung. Klingt am Anfang vielleicht ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz simpel. Der Blick geht Richtung Decke oder zur rechten Hand, die Augen gerne wieder geschlossen. Genieße diese wundervolle Rotation für deine Wirbelsäule, die angenehme Dehnung in deiner rechten Schulter und die Länge in deinem unteren Rücken. Genieße es, dich vollkommen hinzugeben, getragen zu werden von deinem Atem, von dem Moment. Bleibe noch für zwei Atemzüge hier, ganz für dich. Und dann komm zurück zur Mitte und wechsel die Seiten. Stell die Unterarme auf, zieh dein linkes Knie zu dir ran und dann bring deine rechte Hand auf dein linkes Knie und dreh den Oberkörper einmal zur linken Seite auf. Der Blick geht Richtung Decke oder zur linken Hand. Die Augen gerne immer wieder schließen und auch den Punkt zwischen den Augenbrauen komplett entspannen. Erlaube deinem Bauch, ganz weich zu werden. erlaube deinem Atem, ganz frei zu fließen. Jede Einatmung kommt und jede Ausatmung geht ganz von allein. Genieße diesen Moment. Genieße diese Zeit hier ganz mit dir selbst. noch zwei Atemzüge in Stille, ganz für dich. und dann löse das Ganze allmählich wieder auf und finde von hier aus in Rückenlage. Winkel die Beine an, umarm dich, mach dich zu einem kleinen Mini-Päckchen und rolle hier so ein paar Mal von der linken zur rechten Seite. Pendel dich langsam wieder ein und für unseren abschließenden Hüftöffner, Happy Baby, greife nun von innen die Außenkanten deiner Füße, lass die Fußsohlen Richtung Decke zeigen und die Knie Richtung Boden streben. Dein unterer Rücken und dein Kreuzbein sind möglichst stabil auf der Matte, deine Fußgelenke über den Kniegelenken ausgerichtet. Schieb die Füße in die Hände, die Hände in die Füße, kreiere Druck und Gegendruck, aber entspann die Schultern. Spür die intensive Dehnung in deinen Hüftgelenken und wenn du magst, dann pendel hier so ein paar Mal von der rechten zur linken Seite ganz achtsam, ganz bedacht. Sehr gut. Dann pendel dich langsam wieder ein, löse das Ganze wieder auf und streck die Beine aus für deine Schlussentspannung. Wenn du magst, schüttel die Beine und Oberschenkel nochmal so ein bisschen aus, schüttel oder kreis die Handgelenke, beweg nochmal alles, was du bewegen willst und dann lass Ruhe einkehren. Leg die Arme bequem neben deinen Körper, lass die Füße nach außen rollen und schließe deine Augen. Genieße nun zwei Minuten der Stille, ganz ungestört, ganz für dich. Genieße dein Shavasana Schüttel Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bewege Hände und Füße, kreis die Handgelenke, die Fußgelenke, streck und räkel dich. Bring wieder Bewegung rein. Und wenn du soweit bist, dann finde den Weg über eine Seite zurück ins Sitzen. Komm in den Schneidersitz oder einen anderen Sitz deiner Wahl. Bring die Handflächen aufeinander und lass die Daumen dein Brustbein berühren. Senk den Blick, verneig dich vor dir selbst und deiner Yoga-Praxis. Und dann bedanke dich einmal bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um deine Matte auszurollen. Dass du dir heute die Zeit genommen hast, um deinem Körper und deinem Geist etwas unglaublich Gutes zu tun. Dass du dir heute die Zeit genommen hast, ganz für dich selbst. Vielen Dank für dein Vertrauen. Ich hoffe, ich darf dich schon ganz bald wieder auf der Matte begrüßen. Bis zum nächsten Mal. Namaste Namaste Bis zum nächsten Mal.